Oh, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Abenteuer Teil 20. Die erste, die heutigen, zweiten Folge der Woche. Heute, beim letzten Part haben wir heute, ich habe jetzt gerade hier weiter gemacht ein bisschen und dann haben wir ein bisschen wieder mehr Sachen gesammelt, also wieder Brote gebraucht und unsere Eisenbraten, schon unsere Eisenbraten und heute bauen wir heute keine aus, sondern wir machen heute unsere Höhlen-Tour weiter. Und ja, heute machen wir diese Schweineschlachten und ja, und nach Essen wieder so gucken und es wird wieder Nacht wieder und ich habe jetzt wieder ein kleines Bettchen vorbereitet und lasst ein Like da und keine Videos, wenn es passt, und es kommt vielleicht so, let's go mit dem Video. Und in der nächsten Part haben wir die Schatzsuche leider nicht. Die Schatzsuche haben wir gemacht, aber wir haben gar nichts gefunden mehr. Obst du, wir haben ja eine schöne Schatzsuche gehabt, aber leider, leider geht es heute wieder in eine Höhle heute und ich freue mich darüber, wieder nach Diamanten zu finden und hoffentlich werden wir heute nichts erschreckt. So, wir haben jetzt gerade hier diese komischen Eisblöcke auf diesem Parat. Es ist alles ganz gut dabei und ich habe irgendwo jetzt gerade einen Block eingesetzt, weil ich gerade eine Höhle gefunden habe und dann noch ein paar Fackern gequaffnet habe und ich komme schon und ja, da waren wir mal schon mal im letzten Part. Da war nichts unten und ich habe jetzt gerade gesehen, dass es eine Höhle hier gibt und das werden wir jetzt auch gleich sehen, weil ich habe da gerade eine Fackel hin platziert. Also platziert und naja, also ich weiß ja nichts. Also ich werde jetzt gerade wieder Essen sammeln für einen guten Zweck. Dann haben wir noch ein bisschen viel Brot übrig, 58 und 67. Und wir haben fast bald diese Eisenblöcke fertig. Durch die Eisenblöcke werden wir uns dann einfach mal diese Eisrüstung quasi reparieren. Deswegen holen wir uns dann einfach mal eine Eisenbrustplatte und das muss ich jetzt ein bisschen anders machen, weil, naja, das reparieren wir jetzt zur DIN hier und dann haben wir wieder eine ganz komplette, so und jetzt die Brustplatte werden wir jetzt zur DIN reparieren und dann haben wir die Brustplatte repariert. Und wir werden jetzt noch mal ein paar Rüstungen graften, die Hose und die Schuhe noch. Dann haben wir ultra viel. Und dann graften wir uns dann noch mal einen Ruf und... Okay, ich habe keinen Platz mehr, glaube ich. Warte. No, ich habe gar keinen Platz mehr. Und dann werden wir einfach mal die reparieren zur DIN hier. So, und jetzt haben wir wieder ganz eine komplette Rüstung repariert. Es ist so geil, dass ich Minecraft Abenteuer schon fast durchgespielt habe, bloß zum Prinzip, also bis zum Prinzip, also bis zum Prinzip, bis zum Prinzip, ähm... Bis zum Prinzip, bis zum Prinzip haben wir jetzt einfach mal geschlossen. Also Eisenspitzhacke wären wir jetzt eigentlich schon dabei, eine Eisenspitzhacke zu graften, weil wegen die Eisen und... Und dann einen neuen Eisenschwert, wäre halt nochmal nice. Und ja, jetzt haben wir die komplette. So, dann das hier zu des hier im Wandel. Dann holen wir uns dann irgendwie diesen Schwert, den neu gebauten Schwert zu dem hier. Gut, jetzt haben wir alles repariert. Und ich möchte nochmal was machen. Und zum Beispiel, jetzt habe ich jetzt gerade zwei von diesen Dingen, das ist nicht schlecht. Also zwei, also ich möchte gerne mal mehr von diesen Fackeln erstellen, weil... Weil, weil, weil mir die Banane krumm ist. Ach stimmt, weil ich... Weil diese blöden, ähm, Kohle, weil die Kohle erst drin ist. Deswegen werden jetzt diese Fackeln nicht angezeigt. Und holen wir uns dann zu viele Fackeln. So, und wie viel haben wir jetzt denn? Und wir haben den ganzen Kohle verbraucht. Okay, jetzt haben wir richtig viele zu einer Höhle zu gehen. Und... Ah, die Schaufel geht mal kurz... Diese Schaufel geht jetzt mal ein bisschen auf den Wecker. Deswegen... Hä? Ich habe keine Schaufel. Ich habe keine Schaufel geworfen. Was soll denn das? Ähm... Ah, Mann. Eisenschaufel. So. Gut. Das wäre es dann. Das wäre es dann eigentlich. Dann haben wir noch 31. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal heute nach Eisen. Farmen nochmal. Also noch Eisen farmen. Wir haben jetzt auch richtig viele Sachen voll. Also... Ich will mal das hier verspeisen. Das da. Weil... Ähm... Nein, nicht blocken. Ähm... Verspeisen. Und wir haben jetzt alles komplette... Moment. Also jetzt haben wir die komplette Rüstung wieder genau nochmal hergestellt. Und ich habe jetzt gesehen, dass vorm Video ein Villager gespawnt ist. Direkt neben. Also direkt hier. Also wo ist das jetzt schon wieder hier? Oh Mann, Alter. Ich frage jetzt nicht, dass ich das verloren habe. Aber ich habe es noch nie gesehen. Aber ich... Ist hier was? Nein, das ist nur bloß noch... Okay, jetzt holen wir uns nochmal... Oh nee, ich hol nochmal kurz Holz. Weil... Bevor wir in die Höhle gehen, holen wir uns noch kurz Holz. Oder wollen wir halt... Ich weiß nicht. Wir können nächstens diese Eichel... Die Eichel... Eicheldinger wegmachen. Aber... Nee, nee, nee. Ich weiß nicht. Wir können es im Netzpart... Wir können es im Nestpart machen. Anders Holz verwenden. Wäre jetzt gar nicht... Wäre jetzt ganz nice. Anders Holz zu verwenden. Aber... Mann... Ich habe jetzt so Lust auf eine Höhle. Deswegen möchte ich gerne... Wenn wir jetzt auf eine Höhle-Tour gehen. Aber... Wir müssen erstmal... Halbwiedersammlung. Für... Für alle Fälle, weil... Jetzt habe ich zwei. Oh Gott. Okay. Okay. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist... Das ist zu viel. Okay. Dann geht es mal los zum Höhle. Ich muss irgendwie gucken, wo die nochmal ist. Weil wenn ich jetzt hier einen Block gemacht habe... Dann bedeutet das... Ich habe da jetzt was platziert. Ich habe da was platziert. Und... Naja. Also jetzt haben wir zu viele Fakkeln. Wir haben gerade etwas zu viele Fakkeln gequafft. Ich glaube... Ja. Ich werde heute eigentlich mal die 64 Diamanten... Also bis jetzt haben wir noch nicht 64. Das ist ja... Am ersten... Da ist jemand 40. Hä? Wo ist denn jetzt die Stelle, wo ich jetzt das gesehen habe? Die Stelle muss irgendwo... Oder... Diese Stelle. Warte mal. Ich weiß es nicht. Okay. Hier sind Eisblöcke. Ich muss... Na warte. Na warte. Na warte. So, holen wir diese Eisenblöcke mal. Das könnte man jetzt aber gebrauchen. Weil Eisenblöcke sind aber echt zu... Nice. Okay. Jetzt haben wir wieder ganz viele... Ich... Jetzt müsste... Ich hasse aus über diese blöden... Scheiße. Okay. Jetzt haben wir wieder... Ach shit. Ich habe das jetzt wieder vergessen. Okay. Dann... Dann zum Plan B. Scheiße gleich. Ah. Guck mal. Da ist... Da ist Kohle. Oh. Ich wollte gerade eigentlich die Kohle aufmachen. Ah. Ach zu. Okay. Ah. Das ist so die Taktik. Ich habe schon die Taktik. Okay. Ich wollte bloß diese Dinger holen. Nur das. Das war's. Okay. Okay. Holen wir uns nochmal wieder diese ganzen Kohlezeug hier. Weil die Leveln gehen ja nicht so schnell. Weil wir haben ja auch Level 44 erreicht. Deswegen. Oha. Das sind echt viele Kohle. Das ist aber echt so gut, dass es nicht so viel Kohle gibt. Mal so ein bisschen Licht machen. Also wir müssen echt viele Fackeln loswerden. Dann haben wir wieder mehr Platz wieder frei. Okay. Okay. Level 45 erreicht. Level 40 erreicht. Okay. Jetzt geht's mal los wieder. Also einer hat wieder geschrieben. Ich soll Live Chat machen. Aber das geht nicht bei mir. Weil das geht nur auf dem PC nur. Ich hab's aber nur auf dem Handy. Ich kann das nicht auf. Ich kann's auf dem Handy spielen. Aber das darf. Ich kann nicht nur was auf dem Handy spielen oder so. Also auf dem Handy kann ich das Live Chat machen. Also live. Also live. Also live. Also live chat. Ahm. Egal. Jetzt machen wir weiter. Weiter. Jetzt ist heute irgendwie diese Kohlensuche. Aber keine Diamantensuche. Ich hab keinen Bock auf Kohle. Aber ich muss die Kohle einfach einsammeln. Weil wir brauchen wieder Fackeln, wenn man hier unten ist. Und hoffentlich. Ich weiß nicht, dass wir irgendwann diese Miene finden. Ich weiß es gerade nicht. Apropos. Ja. Okay. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Boah. 49. Boah. Schon richtig viel eigentlich. Okay. Ich hab da schon direkt schon eine Hürde gefunden. Ich hab gedacht, ich hab die andere. Ich hab glaub, die hab ich andere jetzt gerade verloren. Lapselapsli? Nee. Das ist Emu-Wet-Block. Was machst denn du denn hier? Ich kann die nicht einsammeln. Ja, stimmt. Weil wegen Speichel. Wegen des, ähm, Splatz. Ah, scheiße. Diese Glücksspitzsacke, die ist ein bisschen nicht erwünscht mehr. Weil ich weiß nicht. Diese Glücksspitzsacke ist gar nichts mal. I-i-i. Ja, aber. Mann. Jetzt weißt du was, ey. Diese Haltbarkeitsspitzsacke. Aber ich weiß nicht, wie die wir halten. Also ich werd sie, ich werd sie aufbrauchen jetzt, weil. Ich weiß nicht. Aber die. Ah, das ist so ein Mistspitzsacke. Das ist so eine Mistspitzsacke. Alter, wirklich war die. Mit den meisten Blöcken kann man das nicht abbauen. Ähm. Hier sind überall, hier sind überall die Kohlenblöcke. Ja, aber das ist schon geil. Das ist schon geil. Ah, wir haben ja den ersten, ersten Emu-Wet-Block gefunden. In Minecraft-Abenteuer. Das werden wir eigentlich, glaub ich, einfach einschreiben. Oder wir haben in der Höhle. Ah, nee. Wir machen heute eigentlich Höhlen-Tour. Reinschreiben. Wollen wir eigentlich. Aber das hat er jetzt leider wieder so gemacht. Ähm. Ja, Diamanten. Eisblöcke und Diamanten sind einfach so besser. Und auch Emu-Wet sind sehr, sehr wertvoll. Weil mit dem kann man handeln. Ah, wenn wir Tafel, weil es hier unsere 64 Stück wieder erreicht haben. Ja, Hexen, die Schweine gleich verbrauchen. Dann haben wir wieder einen Platz, wieder frei. Ja, wir haben, wenn wir ein Haus haben, dann haben wir richtig gut dazu. Ach, du Scheißler. Oh mein Gott. Hat er, kann ich das irgendwie... Nein, ich hätte es nicht. Hexen so. Die Eisblöcke möchte ich schon haben, die obere. Oh, die Arme ist jetzt der Arme. Es muss hier Level 11. Äh, äh, nee. Tiefe 11. Ihr müsst hier irgendwas sein. Es muss hier irgendwas sein. Aber bis jetzt keine Mini gefunden, bis jetzt. Seltsam. Sind wir jetzt schon im Fluch von... Sind wir jetzt von dem Fluch von diesen komischen... Ist der Fluch jetzt weg? Kein Plan. Der Mini... Der Mini-Fluch ist jetzt leider schon weg. Leider. Aber Trap-Sin war einfach geil gespannt. Ich höre irgendeinen Enderman. Ich habe gerade einen Enderman gehört. Habt ihr es auch gehört? Weiß nicht. Oder täusche ich mich? Hier muss doch irgendwas sein, ey. Was soll das hier eigentlich? Äh, nein. Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich Fackeln platzieren. Ey, das sind Goldblöcke. Das sind Goldblöcke. Ich nehme mal ein paar mit. Ist mir egal. Ja, ich nehme mal ein paar mit. Ich nehme mal ein paar mit. Ich nehme mal ein paar mit einfach. Ähm, ich weiß nicht. Ich muss ganz gut untersuchen. Ja, unsere Spitzsacke geht schon wieder kaputt. Ich verschreiß den mal raus. Wieso geht die Hunde so schnell kaputt? Ja, mit Diamantenspitze geht es ja auch easy. Aber das Problem ist, wir müssen erst diese Diamanten, ähm, 64 Stück kraften. Aber ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, dass man jetzt die komplette Diamantenrüstung schon kraften kann. Aber ich habe keinen Bock. Ich habe ein bisschen keinen Bock auf Diamantenwurstballer noch nicht. Weil du weißt ja genau, wir wollten ja die ganze 64 Stück fahren. Und deswegen holen wir das einfach mal weiter. Machen wir halt weiter mit Diamantenspitze. Oder? Ich weiß es nicht. Leute, ihr dürft entscheiden. Da... Das ist wieder ein M-O-Welt-Block. Da oben. Das zweite Mal. Das ist wieder ein M-O-Welt-Block. Und da... Zwei Stück? Ich glaube, wir sind im M-O-Welt-Verlass. Weil zwei Stück der M-O-Welt-Blöck sind das. Das war mal auf der anderen Welt auch so gewesen. Ja. Was ist das für eine Welt? Ja, alter Sch... Ey! Was soll das, du Kleider? Wutz! Ey! Ja, mich reinzuschutzen! Ach, du Scheiße! Die Idioten! Alter! Ich bleibe immer ganz dicht in der Birn. Ach, du Scheiße! Und da war auch noch ein Kripper gewesen, ey. Ey, sogar mit dem Wasser... Hey, wo ist es bei Wasser? Nein! Ich brauche das Wasser! Sonst kann ich mich überleben. Sonst kann ich mich überleben. Alter! Ich bin jetzt gerade zu erschrocken gerade. Ja! Ich wollte nur noch bloß hier abbauen. So habe ich dieses komische... Das ist komische Lava hier. Ich habe gerade die Lava direkt noch weggemacht, ey. Jetzt ist das mal ein Lava. Hey, das sind drei M-O-Welt-Blöcke. Hä? Ist das hier... Sehen wir jetzt mal mit M-O-Welt-Blöcken verflucht? Ey, Schrapper, wir haben einfach... Einfach M-O-Welt-Blöcke gefunden in Minecraft. Ey, was soll denn das? Ey, ich habe doch gesagt, Diamanten-Blöcke und nicht M-O-Welt-Blöcke. Ey, was soll das? Es muss hier was geben. Leute, es muss hier was geben. Okay, hier geht es irgendwo weiter, weil da diese Creeper hier gestanden war. Aber zum Glück hat der nicht so viel abgezogen. Das Problem ist, wenn man ganz näher ist, dann zieht der so viel ab dann. Es ist aber über 200 oder so. Wenn die beiden... Wenn die beiden zu... Diamanten! Wenn die... Oh nein, ich wollte es nicht... Okay. Wenn, wenn die beiden, ähm, äh, ja, Creeper zusammenarbeiten, dann kriege ich das... Ah, nein, warte. Diese M-O-Welt-Blöcke... Ja, genau. Nee. Was ist das? Sind die nicht erwünscht? Oh, nee. Wie soll ich das jetzt machen, dass ich das da abbaue und die zumache? Ja, warte. Momento, Momento, Momento. Momento, Momento, Momento. Warte mal. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir gucken. Aufpassen, abbauen! Ich weiß nicht. Hältstens könnte ich jetzt sneaken und diese Diamanten abholen. Ey, warte. Ja, Alter, ich habe jetzt gerade eine Idee. Na, das war jetzt gerade falsch. Nein, 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 nein. Nicht auf die Labe. Nie, nein, 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 nein. Kann ich das Ja, okay Sind es, die Eisenblöcke Abbauen Ja, geil, geil Geil, geil Ja, geil Geil, hab ich richtig gemacht So, jetzt haben wir 51 Okay, das können wir Jetzt eigentlich schon mal rocken, okay Diamantblöcke Einfach nice, einfach nice Höhle Es ist einfach eine nice Höhle gewesen Ich freu mich einfach darüber Ich hab's einfach dem Blut drauf Entschuldigung Ich hab's einfach drauf, nicht Blut drauf Hab ich auch verstanden, falsch geredet Ähm, ich hab's einfach drauf Einfach Diese Höhle hat's einfach drauf Ähm Ja, es sind vier Stück Diamanten Und, ja, und Und macht 51, es war so Einfach so riesig geil Es war einfach, weil in Minecraft Abenteuer ist einfach nur bloß Cool, weil Immer erschrecke ich mich immer Also ich erschrecke mich immer Wie ein kleines Kind Und zum Beispiel Aber, nee Erschrecke mich so ein Ja, dann Hab ich einen Panik Dann krieg ich auf den Panik wieder Hab ich einen Panik Aber ich hab mir die Kacchan genommen Komm her, du kleiner Komm her, jetzt Hallo Ja Telefizieren Wo bist du? Wo ist du? Ich hab keinen Ich mag dich Na 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 Hat der jetzt aufgegeben Oder was? Oh mein Gott Ich geh jetzt einfach mal kurz weiter Weiß nicht Ja, ich hab grad Ich hab hier grad Dieses komische Enderman Schon geschlagen Aber er hat jetzt Aufgegeben wieder Oh man Schade Was ist da oben, bitte? Jetzt geh mal mal kurz aus dem Ja, ja, ja Wisch du Also, wo bist du denn? Hey, ein Moment Hey, ich glaub Wir sind im Enderwett Palast Ähm Wir können jetzt mal Irgendwann Wir werden mal ein Dorf finden Ein Dorf finden Und da können wir uns Dann mit diesen Diamanten Äh Nein, mit die Diamanten Nicht Mit dieser Enderwett Können wir uns Dann einfach mal Mal Dorfbewohner Ähm Schnappen Ey, das wär wohl cool Wenn wir hier weiterhin An der Höhle noch was gucken Also Wärts eigentlich geil Wenn ich das mir fragen darf Also geil ist es schon ein bisschen Ähm Jetzt auch nochmal ein 1 Gell, fällt einfach rein So Jetzt auch nochmal was Aber Aber eine Möse ist im In dem Netherportal Diamantenblöcke Ey, was soll das? Lol Alter Warte mal Gibt's Voll Ey, Leute Ich bin so ein Blöksbiss Wir haben 55 Stück Davon 55 Stück Ey, Leute 55 Stück Diamanten Alter Oh mein Gott Alter Oh mein Gott Ey, diese Höhle Die ist so krass Die Höhle Ah, Wettstorn Ey, das bringt aber auch So viel Bringt aber auch So viel Ähm Platz weg Im Inventar Ähm Ich bin aber Schon mal Bisschen Neugierig Was hier hingeht Also hier ist nochmal Nochmal diese komische Wettstorn Blöcke Wettstorn Blöcke Ähm Wär jetzt eigentlich Nicht schlecht Was ist hier Nix Okay Dann gehen wir jetzt mal Wieder hoch Und gehen wir mal Wieder da hoch Aufpassen Da wird irgendwie So Zombies Und sowas geben Also Leute Wir werden am Ende Der Part jetzt Wir werden Die sind jetzt In dem 20. Part Diamanten Also wir schreiben einfach Wir haben jetzt Ein erstes Mal Ein Ammo-Welt-Block Gefunden Also einen Obsidian-Block Also nicht Obsidian Einfach bei der Höhlentour Wir haben wieder Eine Diamanten-Blöcke Gefunden Und das eine Ist um Erraschung Wir haben Diamanten Wieder gefunden Dupi dupi Okay wo Alter Jetzt bin ich Aufgesinnt Okay hier ist Nichts mal Doch hinten Aber das Problem ist Wenn wir jetzt Das alles hier abbauen Dann stürzt Alles ab Ja okay Jetzt stürzt was ab Junge Dieses blöde Laber Dieses blöde Kieselstein Sind überall Im ganzen Blatt Also Ja genau 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 Ich werde ja auch hier Nicht mehr erwünscht Weil Oh yeah Okay mach doch mal da auf Mach auf da oben Aber diese Ammo Diese Redstone Redstone Möchte ich gerne mal In den Griff nehmen Ähm Ich kann es nicht so abbauen Ja Nee Aber das ist einfach mal Luft ab So genau Gut Jetzt Ui Geh hoch Mast zum Ja ja Ich hab schon im Griff Mann Ja hier ist nichts mal So Leute Jetzt Okay Leute das war es mit der Verkäufe Mike Abenteuer In YouTube 2021 Ihr könnt mich auch Fabian nennen Bis zum nächsten Mal Schaut Euer Fabian Unterstrief 6 Bis zum nächsten Mal Schaut Und ich werde erstmal kurz mal Bevor das Video beendet Diesen komische Spitzsack Wieder reparieren Bis zum nächsten Mal Schaut Euer Fabian Unterstrief 4 5 6 Tschüss Hey warte mal Dieser Block Dieser Block Dieser Block Hier Wollen wir die abbauen Dieser Block Ist ein Silberverstrimm Das ist mir Das ist mir Warte ich habe eine Gegend gelesen Wenn man Schau mal Dies Ups Schau mal Das hier Schau mal Wenn das hier Dieser Block Schau mal Der Block geht schneller Aber wenn man den abbaut Da geht es langsam Ich glaube da ist ein Silberverstrimm Einen auf dem Block Ist ein Silberverstrimm Gewesen Und zwar das hier Okay Haha Haha Du bist in den Silberverstrimm Du bist ein Silberfisch Haha Hahaha Ich bin doch nicht doof Darüber Ich bin doch nicht doof Ähm Weil da ist ein Silberwisch Wenn man hier Also Silberfisch Da ist ein Silberfisch Und das frisst alles auf Äh Okay 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 Jetzt holen wir uns nochmal Eine Die Eisenspitzjacke Eine Eisenspitzjacke Also ich habe keinen Bock Also ich habe nur noch gerade Bock auf Eisenspitzjacke Ähm Die Eisenspitzjacke geht aber auch Schon schnell kaputt So Und jetzt Bis zum nächsten Mal schauen Euer Fabian Unterstrich 456 Tschüss Ich werde auch diese Map Auch kopieren Ich werde auch die Map Auch kopieren Also die Welt auch kopieren Bis zum nächsten Mal schauen Aber schau mal Das hier Wenn man das da abbaut Das ist einfach ganz ganz hart Das ist einfach ganz hart Ja schau mal Ja Das ist ein Silberfisch Tschüss Das ist einfach ganz hart Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.